Wir sind heute wieder mal im Phönix und haben ein Multitalent bei uns zum Interview. Volker Schmidt ist da. Du bist Regisseur, Autor und Schauspieler. Unglaublich. Und heute sprechen wir aber ganz besonders über dein Autorendasein. Wie ich im Internet gefunden habe, du kommst aus Kloster-Neuburg, bist dort brav in die Schule gegangen, hast maturiert. Wie darf man sich es vorstellen? So ein klassischer Einser-Kandidat, wenn es um Deutsch geht, inklusive vertiefernder Matura und allem? Oder war da das Schreiben noch nicht so großes Thema? Nein, also im Nachhinein betrachtet habe ich dann schon gemerkt, dass das Interesse da war. Aber während der Schulzeit selbst war mir das überhaupt nicht klar. Und ich war auch nicht so ein Einser-Kandidat. Was mich wirklich überrascht hat, dass ich bei der Matura, also meiner Matura-Arbeit eine Eins war. Und das war aber, sonst habe ich immer so zwei, drei oder so nichts Besonderes. Das Thema war übrigens Goethes Faust. Hatten wir auch im Phönix schon, ja? Ja, genau. Und das, ja. Und ich hatte auch eine sehr gute Deutschprofessorin und da war auch eine gute Beziehung da. Aber mein Weg ist eigentlich jetzt auch nicht so ein klassischer Weg, der jetzt die Literatur immer so einen Mittelpunkt hatte, sondern bei mir geht es ja über das Theater und über das Schauspiel. Und das ist schon noch mal etwas anderes, wenn man sich sozusagen dem Theater von der Bühne her nähert, als von der Literatur. Das heißt, wenn man jetzt davon ausgedustert, dann eben maturiert, erfolgreich maturiert, wie ist dann weitergegangen, kurz zu deinem Leben? Und dann habe ich ein Schauspielstudium gemacht und habe auch circa sechs Jahre eigentlich nur als Schauspieler gearbeitet und habe dann so nach einiger Zeit die Seiten gewechselt, weil mich Regie schon immer interessiert hat und habe dann die ersten Inszenierungen gemacht und habe parallel dann noch gespielt. Und da war ich dann auf der Suche nach geeigneten Stücken und habe aber nie das gefunden, was mich wirklich interessiert hat. Also oder die Stücke wurden dann einfach schon gespielt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich probiere einfach selbst ein Stück mal zu schreiben. Das war so der Einstieg ins Schreiben und davor habe ich literarisch mich ganz wenig auseinandergesetzt. Ich habe regelmäßig Tagebuch geschrieben. Das war das einzige. Und dann war das erste Stück da und innerhalb kürzester Zeit wurden dann drei Stücke von mir aufgeführt. Und eins unter anderem auch hier im Theater Phönix. Das allererste Stück, was von mir gezeigt wurde, war im Theater Phönix. Das war Unterfischen? War das das? Genau. Das berühmte Jahr 2002 für dich auch den ersten Preis gewonnen? Genau. 2002 hatte ich den Preis gewonnen. Junges radikales Volksstück vom Theater Phönix und 2003 wurde es dann aufgeführt. Jetzt sind wir nochmal ganz zurück zu den Anfängen als Outzer. Du hast gesagt, du hast dann dein erstes Stück geschrieben. Das klingt ja so, ich habe mich dann nochmal hingesetzt und ein bisschen angefangen zu tippen. Wie war es denn wirklich? Also wie kommt man zu einem Thema? Sitzt man da zu Hause? Am besten im Urlaub oder im Zug? Also wie? Muss ja ganz aufregend sein. Also ich habe zu Hause geschrieben, im Urlaub und im Zug. Okay, gut zusammengefasst anscheinend. Aber das erste Stück habe ich meistens zu Hause geschrieben. Das Stück Unterfischen war das zweite, was ich geschrieben habe, aber das erste, was aufgeführt wurde. Unterfischen habe ich tatsächlich auf Malte geschrieben. Da habe ich mich mit einem Freund da zurückgezogen, mit dem ich auch parallel ein Drehbuch geschrieben habe und habe da auch Unterfischen fertiggestellt. Das war so, das mache ich nach wie vor öfter, dass ich mich zurückziehe irgendwo in die Natur, zum Beispiel in Italien in eine alte Olivenmühle oder in der Toskana ein altes Bauernhaus und dann da schreibe, weil es einfach viel mehr hilft, wenn man abgeschnitten ist von den ganzen Ablenkungen. Also früher hat mich wenig gestört, da habe ich eben auch wirklich im Zug geschrieben und ich schreibe auch manchmal ganz gerne im Kaffeehaus. Das heißt, die Ablenkung rundherum, das ist gar nicht das, was mich so stört, sondern es ist, dass ich so viele Sachen machen kann. Wenn ich zu Hause bin, dann kann ich dann ausgehen, dann kann ich das machen und das machen. Mittlerweile ist jetzt alles ganz anders, weil ich seit einem Jahr eine kleine Tochter habe und da gestaltet sich das Leben natürlich nochmal komplett anders, auch wie man mit seiner Zeit umgeht. Also da bin ich jetzt am Experimentieren, wann ich schreibe, weil ich bin abends meistens viel zu müde, Vormittag ist die beste Zeit, aber da kann ich halt nicht immer schreiben, weil sie auch noch nicht im Kindergarten ist. Jetzt probiere ich gerade um sechs Uhr früh aufzustehen und zu schreiben. Ja, sie wird das auch probieren? Ja, und sie schläft zum Glück ein bisschen länger. Ah, okay. Dadurch bleibt mir einfach die Zeit dann alleine in der Früh. Hast du da klare Vorstellungen im Kopf oder ist es so, dass sich oft eine Geschichte beim Schreiben entwickelt? Ja, also es ist so ein bisschen so, dass ich die auf meine innere Bühne schicke und ihnen zuhöre, was sie verhandeln, was sie erzählen. Okay. Und, aber trotzdem brauche ich am Anfang einen Grundplot. Ich brauche eine Struktur circa, wie die Szenen aufgebaut sind. Weil das einfach drauf losschreiben, das habe ich zwar schon ein paar Mal immer wieder versucht, aber irgendwann bleibt man dann hängen und kommt in eine verfahrene Situation und weiß nicht weiter und das ist meistens frustrierend. Deswegen, ich weiß jetzt noch nicht jede Szene, aber das kommt dann schon, weil ich jetzt eine Idee habe, okay, jetzt könnte ich so eine Szene schreiben. Aber der Grundplot, was passiert ist, eigentlich immer schon da. Das ganze Ende, da sage ich immer, das Ende weiß man am Ende, das entsteht wirklich dann erst auch am Schluss. Aber das ist auch beim Inszenieren so, dass ich teilweise erst am Ende weiß, wie das Ende des Stücks sich darstellt in der Inszenierung. Hast du das trotzdem irgendwie gelernt, also jetzt das Autor sein oder war es wirklich so, ich probiere es einmal? Ich habe es als Schauspieler, dadurch, dass ich selbst auf der Bühne stand, gelernt. Ich habe als Schauspieler gemerkt oder man merkt einfach, wenn man spielt, was funktioniert, welche Situation funktioniert, welche Konflikte, welche Szenen funktionieren. Und dass ich selbst auf der Bühne gestanden bin, das Spielen war für mich sowohl Schule für die Regie als auch für das Schreiben. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo dein erstes Stück aus Unterfischen dann aufgeführt wurde und du dann vielleicht im Publikum saßt und das gesehen hast? Also wie kann man sich das emotional vorstellen? Wie ist dir da dabei gegangen? Also am Anfang mittlerweile kenne ich das jetzt schon ein bisschen, aber am Anfang war es schon aufregend, das, was nur in seinem Kopf stattgefunden hat, dann auf der Bühne zu sehen. Es war jetzt nicht so ein krasser Schritt, weil ich ja da bei den Proben eingebunden war. Also in der Form, dass ich einfach immer wieder Proben besucht habe und mir Abläufe angeschaut habe. Ich habe dann auch die Endproben, die Generalproben und so weiter, das kannte ich alles dann schon. Natürlich dann mit Publikum ist dann nochmal was anderes. Feedback vom Publikum ist ja dann noch einmal was anderes. Und das Schöne war, dass Unterfischen ja eine Komödie oder Tragikomödie ist, würde ich sagen. Und natürlich dann die Publikumsreaktionen auch stärker sind. Und das freut einen schon, wenn die Leute da reagieren, wenn sie lachen, wenn sie da mitgehen. Schreibst du wirklich nur dann, wenn du das Gefühl hast, jetzt kann ich schreiben? Also ich habe jetzt das Bedürfnis, ein neues Stück zu schreiben. Oder kommt es auch vor, dass Leute anrufen, weil sie dich kennen und sie wissen, du schreibst? Dass sie sagen, ich bräuchte dich. Kann man dich als Autor buchen? Oder wie funktionierte das Geschäft da so? Ja, also ich schreibe auch Auftragsstücke. Und das bedeutet, ein Theater gibt ein Stück in Auftrag. Und ich schreibe Stücke, wo ich ein Thema in mir finde und merke, okay, das interessiert mich so sehr, dass ich das schreibe. Das Interessante ist ja, dass man ganz oft sehr viele Themen hat und aber merkt, okay, wenn es so stark ist, dass es einen wirklich verfolgt, dann fängt man an zu schreiben. Die Sachen, die nicht so interessant sind, die gehen dann von alleine wieder weg aus dem Bewusstsein. Und ja, es gibt ständig Ideen. Und was auch interessant ist, dass die anderen, sobald sie wissen, dass man Autor ist oder Dramatiker, sagen sie immer, darüber müsstest du ein Stück schreiben. Also diesen Satz hört man so oft. Ja, wenn irgendwas passiert, eine interessante Situation sagt, darüber musst du ein Stück schreiben. Irgendwann denke ich, ja, aber eine kleine Situation macht noch kein Stück. Wird ein kurzes Stück. Ja. Jetzt bist du ja, wie ich erwähnt habe, Multitalent. Also du führst auch Regie, du schreibst und arbeitest oder hast einmal auch als Schauspieler gearbeitet. Würde es denn reichen finanziell, wenn man sagt, man ist nur Autor? Also ist es wirklich so, dass man sagt, ich bin Autor und davon lebe ich oder kann ich leben? Um wirklich leben oder gut leben zu können als Autor, müssten so viele Stücke gespielt werden. Und es gibt wirklich nur eine Handvoll Autoren, die allein vom Schreiben leben. Es gibt dann einfach Sachen, die dann mit in Verbindung stehen. Das heißt, Aufträge, die jetzt abseits von Theaterstücken sind, Coaching, Unterrichten. Und mein Glück ist eben, dass ich auch noch Regie führe und Regie und Schreiben, das zusammen eigentlich ein gutes Package ist. Und dass davon man in Ordnung leben kann. Aber jetzt nur das Schreiben alleine ist zu wenig, weil die zeitgenössischen, die neu geschriebenen Stücke werden selten in den großen Seelen aufgeführt. Also das hier ist schon was Besonderes auch, dass das Phönix auf die große Bühne zeitgenössische Literaten bringt. Meistens landet man doch auf der Studiobühne und das wird ja dann tantemenweise abgerechnet und da bleibt nicht viel übrig. Oder es ist ein Auftrag, aber auch die Auftragsungen sind am Theater meistens nicht so groß. Jetzt ist ja bei dir das Gute, dass du eben auch Regie führen kannst und das auch machst. Machst du es gern bei deinen eigenen Stücken? Machst du es lieber bei anderen Stücken? Und wie geht es dir, wenn deine Stücke von anderen gemacht werden? Alle drei Fragen kann man nicht so generell beantworten, weil es hängt immer davon ab, wenn ich den Regisseur oder die Regisseurin kenne und es da eine enge Zusammenarbeit gibt, ist das meistens sehr befruchtend. Wenn ich sie nicht kenne, dann ist es eine Überraschung, die nicht immer positiv ist. Aber man denkt sich gut, jemand anderer hat auch das Recht, das anders zu machen und als Dramatiker muss man wissen, dass man etwas aus der Hand gibt, das gehört einfach dazu. Außer sie ist wirklich so entstellend, dann muss man einschreiten. Aber sonst finde ich, wenn man die Umsetzer kennt, das Team, dann ist es auch schön, sich überraschen zu lassen. Oder auch wenn man zusammenarbeitet, dass das so ein Austausch ist davor. Und die eigenen Stücke inszenieren ist auch schön, aber es gibt auch Stücke, die ich gar nicht machen würde, weil ich, da fand ich den Schreibprozess interessant, aber mich interessieren sie als Regisseur gar nicht so. Oder ich denke mir, das finde ich spannender, wenn das jemand anderer macht. Deswegen kann man das nicht so generalisieren. Wie geht es denn weiter? Also ich glaube, Stücke schreiben kann man relativ lange, also Ideen gibt es sicherlich oder hoffentlich noch viele. Was sind so Ziele, die du erreichen möchtest? Was möchtest du in zehn Jahren erreicht haben? Also Stücke schreiben, ja, ich finde, es gibt immer wieder neue Themen, aber es gibt auch so Lebensabschnitte, wo man merkt, okay, irgendwie habe ich jetzt mal so alle meine Themen durch. Ich habe jetzt glaube ich mittlerweile 25 Stücke geschrieben und merke schon, dass es da immer wieder Momente gibt, wo man sagt, okay, jetzt schreibe ich mal ein, zwei Jahre kein Stück. Und dann kommt eine neue Lebensphase. Also ich merke jetzt immer auch durch die Geburt meiner Tochter kommen einfach auch neue Themen und das wird auch vielleicht etwas verändern in der Wahl meiner Themen. Aber eine Sache, an der ich jetzt gerade arbeite, ist Richtung Drehbuch zu gehen, weil das ja schon sehr verwandt ist und ich würde gerne mehr Prosa, also vielleicht auch mal einen Roman, das sind so die Pläne. Die nächste Premiere steht ja vor der Tür, 31. Jänner, kaltes Herz. Kannst du nur erinnern, als du das Stück geschrieben hast, wie lange sitzt man da ungefähr? Kann man das in Stunden irgendwie aufheben? Das kam immer schwer auf, weil, also Nettozeit, auch das ist schwer zu sagen. Aber sitzt man da jetzt zwei Wochen, wenn man sich intensiv damit beschäftigt oder ist es doch ein halbes Jahr? In zwei Wochen ist sehr kurz. Also ich habe, glaube ich, ein Stück in zwei Wochen geschrieben. Oh wow, okay, Respekt. Aber das war jetzt die Ausnahme, aber sonst sind es halt immer so zwei, drei Monate. Ja. Ich habe auch schon mal über ein Jahr geschrieben mit Unterbrechungen, aber je länger es dauert, desto schwieriger wird es, finde ich. Wo ist jetzt der aktuelle Status, wenn es um kaltes Herz geht? Das ist fertig geschrieben. Das war zu Probenbeginn schon fertig. Da machst du jetzt auch die Regie mit? Genau, ich inszeniere das Stück auch und da sind wir jetzt so weit, dass wir jetzt mal das ganze Stück durch haben und gestern einen Ablauf hatten, wo wir alles aneinander gehängt haben. Und jetzt wird eben hier gerade die Bühne aufgebaut und Ende der Woche kommen wir auf die Bühne. Endlich. Man freut sich dann immer, wenn man fünf, sechs Wochen im Probenraum verbringt. Freut man sich dann, wenn man im Original-Setting proben kann. Gutes Gefühl für den 31. Jänner? Ja, wir haben ein tolles Team und es gibt noch viel zu tun, aber wir sind gut in der Zeit. Perfekt. Was hört man denn anders tun, draußen ist eh so kalt. Ja. Ich wünsche dir das allerbeste für den 31. Jänner. Danke sehr. Und mit deiner Tochter noch viel schöne Zeit und danke für deine Zeit jetzt heute. Danke auch. Danke. Danke.